Hallo, ich bin Alena und ich zeige euch, wie ich in Schweden angekommen bin. Hier habt ihr einen kleinen Einblick in unser Wohnzimmer und unseren Wintergarten mit einem traumhaft schönen Ausblick in den Wald. Gehen wir ein paar Schritte raus, kommen wir schon direkt zu unserer ersten Einsatzstelle, dem Gästehaus Marilund. Zweimal die Woche sind wir auch bei der Caritas in Stockholm. Meine Freizeit verbringe ich bei diesem schönen Wetter oft in der Natur. Ich gehe spazieren und schaue mir die Gegend an. Wir sind viel im Wald, man sieht auch ein paar Sommerhäuschen oder auch eine Art Steinbruch. Der königliche Palast ist mein Lieblingsort. Das war's auch schon mit den paar kleinen Einblicken. Seid gespannt, was ich noch alles so erlebe und begleitet mich gerne auf meiner Reise.